Ja, hey Leute und willkommen zurück zu WePlay Oldschool, ich bin Max Holz und das ist hier nun ein kurzes Infovideo, das auf meiner WePlay Oldschool Facebook-Seite, Link unten in der Videobeschreibung. Das ist da wieder mal ein neuer Money Glitch am Start, das ist ein richtig geiler Money Glitch, ihr habt da keine Wartezeit und das ist eine Methode, die funktioniert auch ohne Cargo Up, es gab mal eine Methode davor, da braucht ihr noch einen Cargo Up, weil die hier geht hier ohne Cargo Up, ihr könnt damit eure Lowrider duplizieren, das ist richtig geil und die nach und nach weg verkaufen, ihr braucht halt nicht zu warten, ihr habt so in 10 Minuten schon ein paar Millionen GTA Dollar gemacht, das ist richtig krass, kleiner Nachteil, der funktioniert zu zweit, ihr braucht halt dann noch einen Freund für, ist leider nicht Solo, aber ansonsten extrem geiler Money Glitch, wie gesagt, ohne Cargo Up, ohne Wartezeit, haut rein, ich bin raus.